Hallo Daphine! So jetzt sind die Plätzchen fertig. Jetzt kriegst du Zuckerglasur und Streusel und Deko für deine Plätzchen. So jetzt fang mal an. Genau mit dem Pinsel. Kannst du ja schon mal den Osterhasen machen hier in der Mitte. Genau und jetzt die Kugel. Ja genau mit dem Zuckerglasur hier drauf. Du kannst auch hier festhalten. Und bunte Farbe. Genau. Du kannst auch ein bisschen schneller. Guck mal, du kannst es auch ein bisschen schneller machen. Und Streusel. Du musst Streusel, Mama, für die Blume. So, super. Guck mal, Mami zeigt dir das mal. Ja, so. Und jetzt musst du ganz schnell die Streusel und die Dekoration da drauf machen. Ah! Genau. Super, schön sieht das aus. Guck mal. So, und du machst dann die Dekoration. Was? Ist aber bunte Farbe. Du musst jetzt schnell sein. Schnell? Ja, weil sonst wird die Zuckerglasur gleich Kalt? Trocken. Kratten? Mhm. Und auch dann ist halt. Ach du, lass mich mal da hin. Mama, du musst das tun? Danke schön. Du musst doch die einreden. Jetzt oder was? Jetzt?